Auf Fußstreife durch den Grüngürtel werden Gino Meier und Arne Schneider Zeugen einer unfassbaren Laubsaugerattacke. Hey, hey, hey. Kommen Sie mal Here zur Seite. Was soll das Ganze hier? Der ist total verrückt geworden. Ich lasche da rüber. Dann kommen Sie mal zu mir. Warum jagt er Sie mit dem Loblaser? Warum? Ja, weil du mir sagen willst, wie ich meine Pause zu machen habe. Ganz einfach. Nein, nein, nein. Oder meine Arbeit gefälligst. Nein, nein, nein. Moment. Dieser Mann hat vorne auf der Bank gesessen, wo ich mit meinem Kind am Spielen bin. Und er sitzt auf der Parkbank und trinkt Bier, raucht Zigaretten und das auf dem Spielplatz. Das ist nun mal untersagt. Ja, das ist natürlich nicht so. Wenn ich mal eine Pause mache. Das ist für dich nicht zu... Hören Sie mal zu. Erst mal können Sie eine Pause machen, wie Sie wollen. Aber ich denke, Ihr Arbeitgeber wird da was dagegen haben. Und zweitens ist es untersagt, auf dem Spielplatz zu rauchen und Alkohol zu trinken. Das Verhalten von Herrn Ott, der Herr mit dem Laubsauger, geht natürlich gar nicht. Sich am Spielplatz hinzusetzen, dort zu trinken, zu rauchen. Gut, auch wenn er einen lockeren Arbeitgeber hat, der das eventuell toleriert. Aber irgendwo in der Nähe eines Spielplatzes oder direkt sogar am Spielplatz sich so zu verhalten, das ist irgendeine Möglichkeit und explizit ist das Rauchen auch dort verboten. Sie können ja nicht Ihre eigenen Regeln machen, wie sie lustig sind, da die Leute jagen. Das können Sie nicht machen. Vielleicht gehen Sie einfach Ihrer normalen Arbeit nach und saugen nett hier die Sachen von den Kindern ein. Ich wäre ja meiner Arbeit nachgegangen, wenn mir nicht einer vorgeworfen hätte oder vorgeschrieben hätte, wie ich meine Arbeit zu machen habe. Dann gehen wir jetzt mal rüber. Wir gucken uns mal zusammen das tolle Schild an. Auf dem Spielplatz. Wo ist eigentlich Ihr Kind? Auf dem Spielplatz, genau. Alleine? Nein, 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 mit unserem Gepärmädchen, mit der Nancy. Wer ist Ihr Kind? Schon Schreck gekriegt. Zwei. Hier vorne. So, dann zeig ich Ihnen mal den Schild. Bei den Schaufeln, genau. Ah. Dann will ich Ihnen das mal... Nancy? Alex? Nancy? Alles okay? Alex? Was ist das denn? Alles okay bei Ihnen? Ist das Ihr Kinderwagen? Das ist der Kinderwagen von meinem Kind. Okay. Sie sagen, dass die Nanny dabei wäre, oder was? Wo ist mein Kind? Die war hier. Nancy? Nancy, wo bist du? Wie sieht die denn aus, Junge da? Dunkle Haut, weißes T-Shirt, schwarze Hose, schwarze Haare. Nancy, wo bist du? Und Ihr Sohn? Der hat rote Kleidung an, eine kurze Hose, eine Mütze mit Tieren drauf. Ja, hätten wir doch was sehen müssen, als wir hier herangekommen sind. Gut, ich sage mal, heißt das jetzt nichts. Vielleicht ist das Kind ja, die laufen immer mal schnell weg oder so. Nancy! Also, ich sehe gar nichts. Nancy, wo bist du? Okay, also, ich sage mal, es macht ja keinen Sinn, hier willenlos zu suchen. Ich sage mal, das muss zwar in der Richtung sein, aber... Hier brauchen wir jetzt schon. Wer sind Sie? Hallo? Was ist passiert? Was ist los? Wer sind Sie denn? Ich bin der Ehemann. Ah, okay. Also, wir haben gerade festgestellt, dass anscheinend Ihr Sohn und das Au-pair-Mädchen nicht da ist. Ich meine, das heißt jetzt doch nichts... Wo ist denn unser Sohn? Das wissen wir ja nicht, sonst wissen wir, wo er ist. Ich schick mal erst den Laublaser weg. Genau, mach das mal. Also, der Kinderwagen ist umgekippt gewesen und es gab eine Vorgeschichte, kann Ihre Frau Ihnen gleich erzählen. Und als wir zurückgekommen sind, waren die beiden weg. Das heißt ja jetzt noch nicht viel, Kinder rennen ja auch mal gerne weg. Ich sag mal, ist ja auch relativ weitläufig hier. Es gibt ja auch keinen Grund jetzt, dass das Au-pair-Mädchen irgendwie hier mit dem Kind abhauen sollte, oder? Sehe ich das? Nein! Nein! Eigentlich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür sind die ja da, dass Sie aufpassen. Ich kann mir ja auch vorstellen, dass das Kind vielleicht irgendwo hingelaufen ist, das Au-pair-Mädchen wieder her. Wir haben Nancy jetzt schon häufiger drum gebeten, dass sie in sozialen Netzwerken keine Bilder mehr von unserem Sohn posten sollte. Ich kann Ihnen das gerne mal zeigen. Okay. Gut, aber... Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, genau. Also das ist Ihr Sohn, ja? Das ist unser Sohn. Das ist Alex. Nancy Jones. Okay. Wie lange ist das denn hier? Ja. Länger kann das nicht sein. Länger kann das nicht sein. Die müssen ja hier im Nahbereich irgendwo, müssen die ja sein. Ich geb Ihnen das Handy auf jeden Fall schon mal wieder. Sollen wir die Richtung vielleicht mal gucken da drüben? Weil von da oben sind wir ja gekommen. Ja. Ja, da kann es ja eigentlich nicht gewesen sein. Sonst hätten Sie ja was gesagt. Und dann schwärmen wir mal in die Richtung aus, würde ich sagen, oder? Willst du deinen Verein wieder anfeuern? Sicher? Eigentlich nötig. Was ist denn da los? Keine Ahnung. Aha. Das sieht nach Arbeit aus. Kathi. Kathi. Kannst du mal kurz aufdrücken, bitte? Hallo. Hallo. Moin. Was ist denn mit Ihnen passiert? Ja. Tschüss. Kommen Sie mal rein. Ja. Wir setzen erst mal ins Büro. Ja, ja, ja. Kette. Sind Sie doch mit hier? Ja, ja. Und wie setzt sich hier denn hin, ey? Haben wir den, äh, haben wir den Bolzenschneider noch hier? Ne, Holger. Guck mal. Ich will mal gucken, ob ich die Kette abkriege hier, Herr Föhl. Mist, ey. Alter Schwier. Wer war das? Keine Ahnung. Wie? Wie? Wie, keine Ahnung. Nee. Wie ist es ab? Nee, kriege ich nicht ab. Und ich glaube, unser Bolzenschneider ist auch was zu klein. Das glaube ich allerdings. Wo ist denn der, wo ist denn der Schuss? Hier ist. Fingen Sie das nicht irgendwie ab jetzt? Ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ihr habt das denn überhaupt geschafft, hier hinzukommen? Das ist ja alles nicht. Wir sind hier vorne wach geworden und dann ... Ich wusste doch irgendwie, dass hier eine Wache ist. Komm, man hat keinen Sinn. Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, das funktioniert nicht. Nee, das funktioniert nicht. Er hat schon so viel in den Arm. Das funktioniert nicht. Setz euch mal hin. Habt ihr Ausweis oder so dabei? Nee, gar nichts. Wie gar nichts. Wir sind wach geworden einfach hier vorne. Wir waren gestern Abend Fußball gucken, haben ein bisschen was getrunken und so. Eigentlich ist nichts dabei, hier mit diesem blöden Weihnachtsmann hier vorne. Ja, ist Köln jetzt viel besser. Ist definitiv die beste Mannschaft, die es hier gibt. Da braucht man nichts drüber diskutieren. Aber ja, wir sind wach geworden und unsere Sachen sind komplett weg. Wir waren jetzt angekettet gewesen hier mit diesem Vollidioten. Ey, seit Stunden sind wir jetzt unterwegs. Aber eine Frage mal vorweg, ihr versteht euch schon, oder? Also, ihr kennt euch. Wir gehen schon öfters mal rund Fußball gucken oder so. Okay. Aha. Ja, aber keine Ahnung, wer es gewesen ist jetzt. Kein Handy, kein Portemonnaie. Wir sind angekettet. Ich weiß nicht, ob man uns beraubt hat. Sag mir mal eure Nachnamen bitte. Koch Kunze. Ja, ich bin natürlich keiner, der in irgendeiner Weise jetzt zwischen den Parteien stehen soll. Jeder sollte Fußballfan sein können, wie er will. Also auch verschiedene Mannschaften, sage ich mal, unterstützen. Dass es dann oft Reibereien gibt, das ist leider so. Den wirklichen Tipp, da friedlich miteinander in irgendeiner Weise in Einklang zu finden, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht, will ich auch nicht. Machst du mal die Personal und ich würde mal sagen, rufst du unseren Schlüsseljogi an. Weil wir kriegen das ja in den Aufschluss. Ja. Gut. Okay. Okidoki. Fertig. So, also, was denn das letzte Mal daran Sie sich erinnern können? Wir waren hier vorne in der Kneipe, gewiss ums Eck. Wir wissen nur noch, dass wir irgendein Fußballspiel geguckt haben. Wann? Ja. Das waren ja meist gewesen. Wacht oder sowas. Genau abends rum. Gestern Abend. Sieben, acht oder sowas. Also wir haben auch schon gut bisschen getrunken, aber eigentlich fing das ganz locker an. Und dann, zack, wach geworden und aneinandergekettet. Warten wir jetzt am besten mal auf den Schlüsseldienst, der müsste ja jetzt gleich kommen auch. Und in der Zwischenzeit werde ich noch mal einen Vorgang übernehmen. Ja. Kannst du mal kurz so aufdrücken, bitte? Ja. Hallo. Guten Tag, hallo. Ich würde gerne meinen Bruder zum Mist melden, der ist halt noch nicht nach Hause gekommen. Bei uns machen wir totale Sorgen, der war gestern Abend unterwegs. Okay. Ich habe ihn auch schon den ganzen Tag auf dem Handy versucht anzurufen. Wie alt ist denn Ihr Bruder? 28. 28. Seit wann ist der verschwunden? Seit heute Nacht. Also der war gestern Abend unterwegs. Okay. Und ja, dann war er heute Morgen nicht zu Hause. Wie heißt denn Ihr Bruder? Ben Kunze. Ben Kunze? Ja. Ben Kunze. Ben Kunze. Den hast du doch gerade abgefragt, oder? Ja. Ben Kunze. Wie sieht denn der aus? Der hat, der müsste ein Bahrieren-T-Shirt anhaben. Ja. Ja gut, dann passt das. Ben Kunze. Ja, den haben wir höchstwahrscheinlich hier. Okay. Dann kommen Sie am besten mal mit. Was passiert? Das können wir jetzt gleich erst mal klären. Also es sieht ein bisschen witzig aus, wenn Sie jetzt da reinkommen. Machen Sie sich nicht irgendwie lustig, aber ich vermute schon, dass da das ist. So. So null. Olga. Die wissen nichts. Die wissen nichts. Ich habe hier einen Besuch für uns. Stellen Sie sich mal da hinten hin. Wer ist das? Die Schwester. Ganz offensichtlich ist das die Schwester. Ganz offensichtlich ist das die Schwester. So. Ich hatte Ihnen das ja gesagt, dass wir den höchstwahrscheinlich hier haben. Gut, wir wissen jetzt auch nicht so wirklich mehr. Du hast jetzt mal eine Frau. Also was Sie wussten, Sie waren gestern Abend um acht noch in der Kneipe zum Spiel gucken. Ja. Dann haben Sie einen Filmriss und wachen gerade eben da auf der Erde aneinander gekettet auf. Okay. Ja. Als die Schwester des einen Mannes die Freundin von dessen Kumpel informiert, entdeckt die junge Frau ein Video im Internet, das die Suche nach dem Täter möglicherweise einschränkt. Das wird gerade hochgeladen. Das Video. Wo wurde das hochgeladen? Ähm, im Internet. Im Internet? Ja. Ja. Oh, wie süß. Das muss wahre Liebe sein. Zweifelsohne kenne ich die Darsteller. Zeig mal. Was ist denn das für ein Video? Warten Sie mal ganz kurz? Zeigt ihr. Da liegt ihr im Graben. Das muss wahre Liebe sein. Ja gut, da ist aber... Wer redet denn da? Richtig, das frage ich mich gerade auch. Das ist vom Leon aufgeladen worden. Was ist denn das für ein Video? Wer ist Leon? Das ist so ein Bekannter von uns. Also wir kennen Leon. Ich meine gut, Sie können sich das Video auch mal angucken. Ja, aber kein netter Bekannter, wenn er das ins Internet hat. Wenn du damit was zu tun hast, gell? Und jemand da... Was ein Scheiß, ey. Da sind wir aufgewacht, aber wer hat das gefilmt? Sie sagten mir... Also die Stimme kennen Sie, oder was? Ja, schon mal gehört. Ja, es gibt viele Stimmen, die gleich klingen. Vielleicht, wenn ich ein Gesicht dazu hätte, ja. Aber so wüsste ich das jetzt auch nicht. Sie sagen, aber das ist Leon. Genau. Ja, ja, ja. Das hochgeladen. Also man kann das... Leon, weiter. Wie heißt der? Weiß. Weiß heißt der. Weiß? Ja. Weiß wie schwarz. Wenn der Kerl jetzt ein Video gemacht hat von uns. Wenn er das war. Okay. Dann werde ich trotzdem da mal recherchieren. Ich meine, vielleicht licht er ein oder sowas. Dann, ähm... Guck mal. Können wir mal gucken. Sonst, wenn du gar nichts rausfindest, kann sie ihn ja mal anschreiben. Guck erstmal. Können wir auch so machen. Ja. Zur gleichen Zeit hat die Mutter des entführten Kindes eine schreckliche Befeuchtung. Ihr Au-pair reist am nächsten Tag zurück in die USA und will den Jungen möglicherweise mitnehmen. Nancy! Hallo! Wo seid ihr? Guck mal, hier liegt ein Handy. Ist das von der jungen Dame oder was? Hier mit so einer amerikanischen Fahne drauf. Sagt Ihnen das irgendwas? Ja. Ist das von ihr? Das ist von ihr. Dann ist doch die Richtung die richtige. Okay, also die Richtung. Guck mal, ich nehme das mal an mich, ja. Nancy! Nancy, wo bist du? Alex! Guck mal, nicht fertig. Guck mal, ist das jetzt scheinbar? Ah! Hallo? Alles okay bei Ihnen? Kommen Sie mal raus hier. Meine Augen! Kommen Sie mal kurz raus. Ah! Dieses Mist! Was ist denn passiert? Was ist denn los? Setzen Sie sich mal hin. Einfach hinsetzen. Was ist denn passiert? Was haben Sie denn im Auge? Was haben Sie denn im Auge? Reden Sie mit uns. Dieses Scheiß Tefferspray! Dieses Mist-Stück! Ah! Ah! Der spritzt so! Ah! Okay. Okay. Machen Sie mal den Kopf nach hinten. Kopf nach hinten. Die Augen aufmachen. Auch wenn es weh tut. Auch wenn es jetzt weh tut. Wir spülen das mal aus. Ich spülen das jetzt mal aus. Ja, Vorsicht! Ah! Okay. Viel besser. Besser kriegen Sie Luft. Kriegen Sie Luft. Öffnen Sie den Brustkorb. Nicht, dass Sie Luftnot kriegen. Die Arme nach oben nehmen. Tief einatmen. Tief Luft holen. Gehts? Ja, ja. Es geht. Okay. Wenn es geht, stellen Sie sich mal wieder hin. Äh, wer sind Sie denn? Ah! Wer sind Sie denn? Heiko! Heiko! Und was ist passiert? Nicht reiben! Nicht reiben! Was ist passiert? Ah, dieses Mist-Stück! Wer denn? Ah! Die, die Nancy, die hat... Oh, die suchen wir! Wir suchen da Nancy! Wo ist Nancy? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo sind Nancy und Alex? Was ist los? Ich hab die beiden gesehen. Die waren hier. Die Nancy, die will mit dem Alex unbedingt zu den USA abhauen. Was? Ich wollte die aufhalten und dann zückt ihr einfach ihr scheiß Pfefferspray und sprüht mir das in die Augen. Okay. Wo ist sie denn nach Ihnen? Haben Sie das mitbekommen? Nicht ganz. Ich hab irgendwo Schritt in die Richtung gehört. Aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Gucken wir mal. Kommen Sie einfach mal mit. Brauchen Sie einen Krankenwagen? Sollen einen Rettungswagen rufen? Nancy! Nancy! Okay. Alex! Stopp! Hier ist die Kappe von meinem Kind! Das ist die von ihrem Sohn. Oder was? Ja. Da sind wir ja zumindest mal auf der richtigen Spur. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben, ne? Anne! Da sitzt jemand. Hallo! Oh, da ist auch das Kind. Hallo? Lass mal erst die Mutter ran. Holen Sie mal ihr Kind. Holen Sie mal ihr Kind. Sind Sie die Nancy? Ja. Okay. Geben Sie mal das Kind ab. Geben Sie mal das Kind der jungen Dame. Geben Sie es mal der jungen Dame. Okay. Stellen Sie mal langsam auf. Okay. Was? 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 Was wollte das Ganze? Ähm... Beruhigen Sie sich und jetzt erzählen Sie uns, warum Sie mit dem Kind... Er hat mich angegriffen. Ja. Er wollte mich verletzen. Ich hab dich angegriffen? Okay. Du hast mir doch mit dem Pfefferspray in die Augen gesprüht. Nein, das stimmt nicht. Vielleicht gehen Sie ein paar Schritte. Ich wollte nicht mehr... Okay. Okay. Also... Was... 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 Was soll denn das Ganze? Er sagte, dass Sie ihm angegriffen haben und er hat ja auch Pfefferspray abgekriegt. Äh... Es steht natürlich Aussage gegen Aussage. Er... Er versteht nicht, dass wir nicht mehr zusammen sind. Ich möchte nicht mehr, dass er bei mir ist. Und ich wollte die Polizei rufen und dann hat er mich hier geparkt und mein Handy auf den Boden geschmissen. Sie sind da... Zeigen Sie mal. Sie sind auch verletzt. Hat er Sie da geschlagen oder was? Er hat mich geparkt. Okay. Und ich wollte... Ähm... Und Sie sind da mit dem Kind weggegangen. Warum sind Sie mit dem Kind weggegangen? Ich hatte Angst. Er hat... Ich wollte die Polizei anrufen. Ja. Und dann hat er mein Handy weggeschmissen. Und dann... Das haben wir gefunden hier vorne. Okay. Also um die Kurve jetzt nochmal genau zu kriegen. Sie waren mit dem, äh... Alex heißt der der Kleine, am Spielplatz. Und wann ist er da zugekommen, Ihr Ex-Freund? Äh... Wir waren da am Sitzen und er ist gekommen und er meinte, er möchte wieder mit zusammen sein. Ja. Und ich habe ihm gesagt, das geht nicht. Ja. Ich gehe morgen wieder zurück nach New York. Ah, okay. Und ich möchte auch nicht mehr, dass er bei mir ist. Ich habe ihm gesagt, er soll mich in Ruhe lassen. Ja. Und dann, äh... Wollte ich weggehen und dann ist er mir hinterhergekommen. Da war das Kind aber die ganze Zeit dabei? Genau. Ich kann ja Alex nicht einfach alleine da lassen. Ja, das ist ja auch gut. Und äh... Als ich weggegangen bin, dann hat er mich auf einmal geparkt. Ja. Okay. Und... Ich wusste nicht, was ich machen soll. Also habe ich meinen Pfefferspray genommen und habe ihn gesprüht. Okay. Und, äh... Dann bin ich weggerannt und habe mich, ähm, habe ich mich versteckt mit Alex. Ja, okay. Und, ah, okay. Das war da vorne. Guck mal, da hast du uns aber gerade eine ganz andere Story erzählt, ne? Möchtest du irgendwas zum Tatvorwurf sagen? Das ist ja hier schon eine halbe Erführungsgeschichte. Verdammt nochmal, ja, wir waren zusammen. Die kann mich doch nicht einfach so sitzen lassen. Einfach so. Und aus dem Nichts. Nur, nur weil sie wieder zurück in die USA geht. Der Ex-Freund muss sich wegen Körperverletzung, Vortäuschen einer Straftat und falscher Verdächtigung verantworten. Auf der Wache trifft unterdessen der junge Mann ein, der die beiden Fußballfans aneinander gekettet haben soll. Hallo. Guten Tag. Ich wurde hier hinbestellt. Leon Weiß mein Name. Ach, der Herr Weiß. Ja, auf Sie habe ich schon gewartet. Ähm, ich würde Sie ganz gern mal zu einer Sache befragen. Okay. Ähm, aber dazu dann gleich im Büro mehr. Okay? Ja, klar. Ganz kurz, Kathi. Ja? Der Leon Weiß ist da. Du hast ihn ja angerufen. Ja, okay. Herr Weiß, können Sie kurz mitkommen? Ja, natürlich. Super. Es geht um einen Vorfall, der sich hier zugetragen hat. Und zwar geht es darum, dass hier zwei, ähm, ja, zwei Fangruppierungen hier ankamen. Also zwei Personen aneinander gekettet. Ähm, diese Personen wurden im Voraus, wurden die gefilmt durch eine männliche Person ganz offensichtlich. Also wir haben männliche Stimmen gehört. Ähm, die waren relativ, oder die schienen relativ betrunken zu sein. Jetzt war die Vermutung, dass Sie etwas mit dem Video zu tun haben. Ähm, also ja, das Video habe ich gemacht, ja. Also Sie wissen aber auch, um was es geht jetzt? Ja, 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 ich habe das Video auch gemacht. Ja, und wieso, weshalb, warum? Ja, die beiden lagen halt, ich kenne die beiden flüchtig, die lagen da super betrunken auf dem Boden rum, waren am Schlummern. Und ich fand so irgendwie, ja, das war halt lustig. Ich habe nur wie eine Frau weglaufen sehen, äh, also was, ja. Was denn, wie eine Frau weglaufen? Da müssen Sie aber ein bisschen konkreter werden, nicht? Also... Frau weglaufen sehen? Ja, mehr nicht. Kennen Sie die Frau, oder? Äh, jetzt nicht, dass ich wüsste. Wissen Sie nicht? Ja. Nachdem der Mann mit einer Verwarnung entlassen wurde, erscheint die Freundin des einen Fußballfans auf der Wache. Hat eine der beiden Frauen etwas mit der Attacke auf die beiden Rivalen zu tun? Schatz! Was ist los? Äh, endlich bist du da, ey. Ich denke schon, du machst dir Sorgen, mein Handy ist weg, alles. Ja. Ja, wir sind aufgewacht, wohin, da hinten, um die Ecke, bisschen weiter, der Schädel dröhnt. Ja, das ist mein Handy. Diese hässliche Hände kenne ich ja nicht. Mach mal die Tasche, bitte. Meine Schnauze, das ist mein Handy, ja. Langsam, 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 langsam. Ist das Ihr Handy? Was hast du damit jetzt zu tun? Das müsste mein Handy sein, außer du hast jetzt den Klingelton geändert oder sowas. Okay, haben Sie, ist das normal, dass Sie mehrere Portemonnaies haben, oder? Schatz! Ja, ihr seid aber auch echt, wirklich Leute, ihr seid selber schuld. Wieso das denn? Wirklich, ihr zorft euch die ganze Zeit, wirklich wegen Fußball, ständig sobald ihr dann anfängt zu saufen, direkt. Guckt euch mal an, ihr habt euch schon wieder zusammengeschlagen hier. Ja, trotzdem. Wirklich, und deswegen dachte ich, ihr habt's endlich mal verdient, dass euch mal wirklich jemand eine Reaktion erteilt, also hab ich euch dann gefesselt, sodass ihr euch endlich mal ausbrecht. Okay, 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 okay. Sie sagen jetzt die ganze Zeit, Sie erzählen mir das jetzt Ganze. Ich hatte sie eigentlich noch gar nicht so als Tatverdächtige jetzt im Visier, aber du ja mit Sicherheit auch nicht. Jetzt haben wir hier die Handys gefunden, jetzt haben wir verschieden, Ihr Portemonnaie war da auch bei, ne? Sie können doch nicht einfach so die Leute fesseln und dann liegen, das kannst du doch nicht machen. Es war ja aber auch nur gut gemeint. Die beiden sich ständig streitenden Kumpels sollten sich in dieser misslichen Lage endlich einmal in Ruhe aussprechen. So war zumindest der Plan der Freundin. Die Aktion wird für sie keine strafrechtlichen Folgen haben. Kommt! Vielen Dank.